Und Kani Brüder kommt jetzt zum S.A.P. Kami, der ist auf Sendung. Bobby war ganz schön aufgeregt. Ich habe noch schnell zu Kami gesagt, Bobby ist auf Sendung. Er wollte nämlich unbedingt los und mit gespitzten Ohren zum ersten Sprung. Ein tolles Gefühl, wie er sofort Vollgas aus der Startbox zum ersten Sprung hingaloppierte. Wendung, jetzt kam hier schon das zweite Hindernis, wieder ein Hochweitsprung. Und ich konnte flüssig aus dem Tempo. Oh, da hört man noch einmal so ein bisschen verzweifelt. Ich dachte nur nicht zu doll am Anfang. So frisch und motiviert ist er einfach immer unterwegs. Sodass ich jetzt hier einmal gesagt habe, ich muss wirklich ein bisschen aufnehmen, wenden, runter und dann hoch aus dem Loch bergauf. Und dann habe ich gleich gedacht, jetzt so ein bisschen am Anfang ein bisschen vorwärts reiten nach dem Sprung. Gleich loben und klopfen, dass er weiß, wir müssen jede Sekunde rausholen. Dann hier ein bisschen inbauen. Hier wusste ich, der erste Minutenpunkt war schon prima erreicht. Jetzt habe ich mich hier bei den beiden Ecken für die rechte Ecke entschieden beim Abgehen. Und wollte aber einmal hier wirklich ein bisschen durchkommen. Abwarten, wenden. Und da ist die Ecke. Er hat so fest im Visier. Sofort wieder weggaloppieren. Und hier wusste ich, dass ich mich immer früh genug hinsetzen muss. Parieren. Scharfe Wände. Jetzt sehen wir hier das Gatter. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war so ein bisschen eng, deshalb habe ich einmal noch mal pariert. Um ihn dann jetzt wieder schön freigaloppieren zu lassen. Die Innenbahn am Rail entlang. Jeden Meter zu sparen. Und heute hier in die Mitte von der Trasse. Und dann wenden, schön dicht dran hier an die Bäumchen. Und den Boxer. Und jetzt habe ich dann einmal aufnehmen. Die Wendung sorgfältig ausreiten, schön außen bleiben, wenden. Und jetzt wieder neu zureiten zum Wasser. Und rein ins Wasser. Und sofort gucken, wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Hier ist sie. Reinwenden. Und... Super. Und dann kam sofort der nächste Schmale hinterher. Und jetzt bin ich hier schnell vor den Blumen her, um wieder ein bisschen was zu sparen. Und kam ein bisschen schräg an den Ochser. Und war überglücklich, dass die erste Wasserpassage schon mal geklappt hat. Und jetzt zog er einfach irre vorwärts. Ich wusste, wie das Rennbahnhindern ist. Das können wir offen zukommen lassen und wirklich flüssig aus dem Schwung mitnehmen. Und dann ist es super fliegen. Jetzt wieder Innenbahn in der Wendung. Habe ich einmal geguckt, wo ist die Uhr? Wie sieht es aus? Und ich wusste jetzt hier gleich links am roten Pfosten. Da sollte der zweite Minutenpunkt sein. Aha. Dann ein bisschen nach links gewechselt. Die Spur gewechselt. Und jetzt war mir klar, dass ich ihn einmal vor dem Aufsprung in der Wendung ein bisschen aufnehmen möchte. Einmal wieder ein bisschen parieren. Aufnehmen. Wenden. Nochmal ein bisschen parieren. Nochmal. Und dann im Vorwärts mit Schwung hoch. Ein Galoppsprung. Und ein, zwei, drei, vier. Über den Schmalen. Da ist schon der nächste Ochser. Sprung Nummer 11. Wenden. Und ein bisschen parieren. Damit die vier hier nicht zu eng werden. Genau. Und dann sofort bergab jetzt diese lange Galoppsstrecke nutzen. Wenn man am Anfang so ein bisschen kommt und die Züge ein bisschen länger nutzen klopft, dann hat er sofort seinen fünften Gang. Und hier hat er einfach nur Laune gemacht. Bergab. Lange Galoppsstrecke. Hier ist nochmal Sprung Nummer 13. Die Kiste. Einmal ein bisschen aufnehmen. Genau. Und dann wieder bergab galoppieren. Und ihn galoppieren lassen. So schnell wie er möchte. So schnell wie er kann. Jetzt wusste ich, der nächste Grab kommt. Den können wir auch wieder flüssig im Schwung nehmen. Die Zeit war so knapp, dass ich wusste, ich muss einfach versuchen, jeden Meter zu sparen. Und überall dort schnell zu galoppieren, wo es sicher ist. Den kann man schon flüssig aus dem Tempo mitnehmen. Und dann hat er einen super Sprung gemacht. Und hier kam es jetzt aber darauf an, bevor ich wende, einmal früh genug aufnehmen. Hier an dem Weg fange ich jetzt an. Da schüttelt er sich einmal und nochmal parieren. Nein, wir müssen nochmal, nochmal, nochmal parieren. Wenden. Damit hier der Schmale auch ganz klar im Visier ist. Genau. Und raus aus dem Loch. Super. Jetzt kommt hier der nächste Minutenpunkt. Da wusste ich auch wieder vor der Zeit. Und er galoppierte frisch hier um die Chore. Ich dachte, oh, die Winde muss eng nochmal parieren, nochmal parieren. Bis er wusste, aha, hier. Und die habe ich jetzt zum Fluss mitgenommen. Auf groß. Und dann hier ein bisschen pariert. So. Jetzt war es ganz schön doll hier runter. Noch mal ein bisschen parieren. Noch mal einen kleinen. Und jetzt habe ich im Moment überlegt, reite ich innen oder außen? Ich bleibe innen. Die Zeit ist so knapp. Ich glaube, wir können es riskieren. Das erste Wasser war so flüssig. Ich bleibe hier innerhalb der Blumen. Pariere, wende, gucke. Zum zweiten Fenster von der Kiste. Und rein. Super. Eins, zwei, drei Gelopp-Sprünge. Und raus. Oh, und jetzt war ich ganz schön weit weg. Danke. Super, Bobby. Macht einfach einen Riesensatz und galoppiert frisch weiter. Jetzt kommt die nächste Klippe. Mal aufnehmen. Nochmal aufnehmen. Sorgfältig. Okay. Bleib wieder innen. Nochmal. Du musst warten. Und hier ist die Ecke. Und da kommt schon der Schräge. Und dann geht es gleich weiter. Eingalopp vor. Super. Über den schmalen Trecker. Und dann durch die Ladenstraße. Und jetzt Rechtswände. Und das Stadion ist wirklich in einem wahnsinnigen, Atmosphäre. Haken. Tisch. Wieder innenbarn bleiben. Es war ein Irregefühl, hier so angeführt zu werden. Wieder innenbarn. So. Warte, warte. Und dann ins Wasser. Raus aus dem Wasser. Und jetzt dachte ich nochmal einmal vorbereiten zu dem Schmalen. Da ist nichts mehr passiert. Ich dachte hier an dem Schmalen. Kleiner Ups ist. Aber er hat mich fest im Visier. 1, 2, 3. Die Ecke. Wieder vorher. Und flüssig. Wie über den letzten Hochweitsprung. Und dann einfach überglücklich noch eine Runde draufieren. Und er war so frisch und so fit. Das ist also ein irre tolles Gefühl. Die Ecke für ihn mit erfahrenerija Erkan, mehr gew Burning Manfred. Auch blow. Die Ecke für ihn fit. Das ist auch sehr.